Liebe Freunde, das Warten hat ein Ende. Das Porsche Museum darf seine Türen wieder öffnen. Das werden wir tun am 16. März und wir freuen uns drauf und ich würde euch gerne zeigen, was wir getan haben in der Schließzeit. Denn wir waren nicht untätig, wir haben sehr viele Themen vorgezogen. Wir haben zum Beispiel eine tolle neue Installation, eine sehr interaktive, gebaut. Wir haben einen neuen Multimedia-Guide, wir haben sehr viele Exponate getauscht. Es gibt eine komplett neue Ausstellungsbeleuchtung und was wir im Detail getan haben, zeige ich euch jetzt. Herr Thilmann Leitz, hallo, als unser Ausstellungsexperte. Wir haben ein ganz neues Gerät, das für unsere Besucher sehr, sehr wichtig ist. Erzähl uns was darüber. Ja, das ist unser neuer Multimedia-Guide, bis wir das neu eingeführt haben. Tatsächlich ein komplett neues Gerät mit intuitiver Benutzerführung und dynamischem Storytelling. Wir haben jetzt hier in Kooperation mit dem Unternehmensarchiv neue Beiträge produziert, neue Audiobeiträge produziert und werden dann hier achtsprachig unterwegs sein. Mit ganz viel neuem Content tatsächlich auch und natürlich auch mit Kinderversionen entsprechend in den Sprachen. Thilmann, vielen Dank. Ich freue mich jetzt sehr, diesen Multimedia-Guide jetzt mal auszuprobieren und das werde ich jetzt direkt mal machen. Armin Burger, unser Motorsport-Experte. Erzähl mir, wir stehen hier an einer besonderen Stelle. Bis vor kurzem hing hier noch ein Fahrzeug an der Decke. Richtig, es war 956, Chassis Nr. 002, das originale Le Mansiegerauto von 82. Und da wir nächstes Jahr, 2022, 40 Jahre Gruppe C feiern, war das Grund genug, dieses Fahrzeug wieder von der Decke zu nehmen und in Weissach draußen bis zu diesem Zeitpunkt wieder fahrbereit zu bekommen. Unsere Installation dieses an der Decke klebenden Fahrzeugs ist ja sehr aufwendig und sehr extravagant. Es war sicherlich nicht einfach, dieses Originalauto dort wieder zu entfernen. Das ist vollkommen richtig, zumal keiner der Mitarbeiter damals dabei war, wo das Auto an die Decke hingekommen ist. Deswegen war es für uns eine besondere Herausforderung. Aber anhand von Bilder und Fotos und auch ein bisschen Know-how von diversen Helfern, haben wir das Auto wunderbar von der Decke bekommen. Auf was dürfen sich unsere Besucher hier wieder freuen an dieser Stelle? Es wird wieder ein Gruppe C-Fahrzeug an der Decke hängen, derselbe Typ, also auch in 956. Die Geschichte, dass dieses Auto bei einer bestimmten Geschwindigkeit an der Decke fahren kann, bleibt also dieselbe. Lediglich hat dieses Chassis kein so ein geschichtlicher Hintergrund. Es war ein ehemaliger Entwicklungsträger. Aber es entspricht genau unserer Philosophie. Die Autos, die früher für Porsche Siege eingefahren haben, bringen wir wieder auf die Strecke zurück. Genau so ist es. Vielen Dank, Armin, für die Erklärung. Sehr gerne. Andi, grüß dich. Hallo. Ja, Mensch, es ist vollbracht. Eines unserer wichtigsten Projekte während der Schließzeit hier im Porsche Museum war der Austausch der kompletten Beleuchtung im Ausstellungsraum. Ein Projekt, das du mit verantwortet hast. Erzähl uns was darüber, denn es war jetzt was anderes, als nur eine Glühbirne rein- und rauszuschrauben. Also wir haben erstmal an alle Deckenkegel, an alle 288 Deckenkegel komplett neue Kabel ziehen müssen, haben dann eben die installierte Technik komplett demontiert und haben dann einen sehr innovativen und modernen Scheinwerfer gefunden, der auf der einen Seite dem Architekturlichtcharakter hier drin gerecht wird, aber auf der anderen Seite eben auch bei Events multifunktional einsetzbar ist. Und das zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass alles LED-basiert ist und wir zwischenzeitlich 50 Prozent der Energie einsparen, auf der anderen Seite aber ein viel besseres Beleuchtungsresultat erzielen wie zuvor. Als ich eben reinkam in unseren Ausstellungsbereich, dachte ich, Mensch, das sieht ja aus wie Tageslicht. Erzähl uns da was drüber, das finde ich sehr spannend. Ja, es sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen die wirkliche Helligkeit, die haben wir massiv nach oben gedreht durch die LED-Beleuchtung und das zweite ist der Farbwiedergabeindex. Das Sonnenlicht hat 100 als Farbwiedergabeindex und wir sind hier drin jetzt bei 96 und deswegen kommen eben auch unsere Farben der Fahrzeuge noch brillanter zur Geltung. Ja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir ein sehr flexibles und agiles Museum sind. Wir tauschen sehr viele Fahrzeuge und früher war das immer dann mit der Beleuchtung schwierig, denn es gab einen Hubsteiger, der zum Einsatz kam, ein Mensch, der händisch die Birnen nachjustieren musste. Das können uns heute alle sparen. Was sagst du dazu? Das ist völlig richtig. Wir waren früher mit dem Hubsteiger natürlich sehr lange immer in der Ausstellung unterwegs. Wir haben sehr viele Personen gebraucht und deswegen sind wir sehr froh, dass wir zukünftig Ausleuchtungen mit einer Person und einem Tablet durchführen können. Ja, Andi, ich habe jetzt hier ein zweites Arbett in der Hand und ich finde, da gibt es eine Taste, die gefällt mir sehr gut. Das ist so ein Sensationsmodus. Ich würde da gerne mal draufdrücken, denn die Beleuchtung, das ist ja auch eine Veranstaltungsfläche hier, kann deutlich mehr und ich drücke mal auf Szene Event 2. Andi, auch zwei neue Gerätschaften hier in unserer Ausstellung, nicht nur für Rennsportfans, erzähl uns was darüber. Ja, das Besondere an den Fahrsimulatoren ist, dass wir die Schwierigkeitsstufen individuell für jeden Besucher einstellen können und so können wir eben einfach von einem kleinen Kind bis zu einem großen Kind, von einem jungen bis zu einem alten alles individuell einstellen, sodass jeder seinen Spaß mit den Fahrsimulatoren hat. Und die Besonderheiten sieht man auch ein Stück weit. Wir haben ein gecurvedes Display vorne, das eben optimal ausgerichtet ist. Wir haben eine Motion-Plattform, das heißt, der ganze Simulator kann sich nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten und nach links und nach rechts bewegen. Dafür brauchen wir dann eben auch einen vernünftigen Sitz, dass wir den Seitenhalt haben und wir haben eine sehr hochwertige Pedalerie, um eben auch wirklich, wie wenn wir Rennen fahren, entsprechend Rückmeldung zu bekommen. Ich finde es eine super Weiterentwicklung, um auch das Porsche-Fahrgefühl hier erleben zu können. Danke. Iris, als unsere Ausstellungskuratorin, das Thema Design und die Design-DNA von Porsche spielt auch hier im Porsche Museum eine ganz wichtige Rolle und wir haben unsere Schließtage genutzt und hier eine besondere interaktive Station gebaut in den letzten Wochen. Was kann die und was ist das Besondere an ihr? Also sie kann mehrere Dinge tatsächlich. Also einmal ist es wirklich ein interaktives Möbel, also wir haben ja unsere Modellautos, die eben, wie man es jetzt auch schön sieht, mit dem Besucher interagieren. Also sie richten sich auf ihn aus, einmal gucken sie an, einmal gucken sie von einem weg, also dass man wirklich auch interessiert ist, so, ah, was passiert hier eigentlich? Also so wird man animiert, mit ihnen zu spielen. Um was es ja aber eigentlich geht, ist, wie Sie gesagt haben, die Design-DNA. Wir haben hier vorne die Ikone, jeder Porsche ist sofort als Porsche erkennbar. So, aber warum? Also unser Flaggschiff, der 911, hier kann man vorne am Drehteller drehen und dann kommen diese Leuchtbänder und über diese Linien sieht man dann, was alle Baureihen miteinander verbindet. Also bei jedem Porsche, sei es ein Cayenne, sei es ein Macan, Panamera, die haben immer die gleichen Design-Merkmale, jetzt hier zum Beispiel das Vierpunktlicht, hier die berühmte Flyline, das durchgängige Leuchtenband oder eben hier auch die starken Schultern. Also das verbindet eben alle Porsche, alle Baureihen und hier haben wir auch sehr eng zusammengearbeitet mit der Designabteilung aus Weissach. Wir haben uns hier wirklich unterstützt und auch mit dem Konzeptbau aus Weissach und somit können wir hier den Besuchern viel besser erklären, ja, was das Design ausmacht und was sie alle miteinander verbindet. Ich finde es ein super Exponat, das sehr interaktiv ist und genau die Idee konsequent hier perfekt in Szene setzt. Vielen Dank. Liebe Freunde, ihr habt gesehen, dass wir auch in den bewegenden Zeiten und auch während des Lockdowns hier einige neue Themen im Porsche Museum umgesetzt haben, auf die ihr euch freuen könnt und in aller nächster Zukunft und zwar ab dem 30. März zeigen wir eine Sonderschau zu 25 Jahre Porsche Boxster. Wir freuen uns darauf, euch hier wieder begrüßen zu dürfen und bleibt bis dahin gesund.